Hallo, mein Name ist Christoph Riedlsteiner, ich leite den Masterstudiengang Soziale Arbeit hier an der Fachhochschule St. Pölten und bin Sozialarbeiter, Gesundheitswissenschaftler und Notfallsanitäter. Ja, der Masterstudiengang Soziale Arbeit in St. Pölten ist viersemestrig mit 30 ECTS pro Semester, er wird berufsbegleitet und Vollzeit angeboten und hat zwei Vertiefungen, Case Management und General Social Work. Case Management befasst sich mit der Fallführung über Organisationen hinweg, mit der Fallsteuerung, mit der systematischen Fallplanung. General Social Work ist sozusagen die allgemeine Sozialarbeit, die auch einen politischen Anspruch hat. Ja, zwei Besonderheiten sind in unserem Masterstudium. Das eine sind die Forschungslabore, hier gibt es drei Themenfelder, wo Sie sich als Studierende einem dieser Themenfelder zuordnen und dann vier Semester begleitet werden beim Erstellen Ihrer Masterthesis. Die wird grundsätzlich in einer Gruppe geschrieben, wobei es natürlich individuelle Arbeitsteile gibt, die auch individuell bewertet werden. Die zweite Besonderheit ist die sogenannte disziplinäre Praxis. Hier bekommen Sie eine Mentorin zur Seite gestellt, mit der Sie einen individuellen Bildungsplan verhandeln. Dieser Bildungsplan sollte Ihren künftigen beruflichen Schwerpunkten entsprechen und ist sehr flexibel. Das kann eine stärkere Verwissenschaftlichung sein, Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Publikationen, Schreiben von wissenschaftlichen Fachartikeln. Es kann auch eine Schwerpunktsetzung in einem speziellen sozialarbeiterischen Bereich sein mit Job-Shadowings. Es sind aber auch viele kreative Möglichkeiten offen, zum Beispiel irgendwelche Podcasts zu erstellen oder Videos, die Sozialarbeitsklientinnen bestimmte Dinge erklären. Das ermöglicht Ihnen eine teilweise flexible Gestaltung Ihres Studieninhaltes. Ja, das Aufnahmeverfahren muss man wirklich ernst nehmen. Der wesentliche Teil ist das schriftliche Aufnahmeverfahren, ein tolles Bewerbungs- und Motivationsschreiben zu verfassen. Dazu gibt es auch ein eigenes Fragenset und sich dafür auch wirklich Zeit nehmen. Hier erlebt man wirklich Überraschungen. Da steht, welche Literatur haben Sie in der letzten Zeit gelesen. Da ist keine geschickte Antwort zu schreiben. Das letzte waren die Arbeitslosen von Marienthal im Soziologiestudium und das Soziologiestudium ist fünf Jahre aus. Das ist schon ein Hinweis, dass man sich mit aktueller Literatur befassen sollte. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auch auf der Darstellung eines Falles, der natürlich nicht nur rein aus der eigenen individuellen Lebenserfahrung betrachtet werden soll, sondern auch einen Theoriebezug braucht, irgendeinen Anschluss an eine sozialarbeiterische Theorie, kann aber auch eine pädagogische oder soziologische Theorie sein. Dann kommt es auch noch zu einem Aufnahmegespräch. Das Aufnahmegespräch bezieht sich primär darauf, ob Sie uns darlegen können, dass Sie auch neben einer beruflichen Tätigkeit das von der Lebensorganisation schaffen, berufsbegleitend zu studieren. In der Studienpraxis ist kein Unterschied zwischen berufsbegleitend und Vollzeit, das ist eher eine Frage der individuellen Studienförderung, die sich vielleicht ergibt durch irgendwelche Fördermaßnahmen. Das Studium selber hat immer pro Lehrveranstaltung drei Phasen, eine Vorpräsenzphase, eine Präsenzphase und eine Nachpräsenzphase. Der Hauptanteil der Arbeit liegt in der Vorpräsenzphase. Man darf sie also nicht irritieren lassen durch die scheinbar relativ geringe Präsenz, die ist üblicherweise etwa einmal im Monat, so von Dienstag bis Samstag. Die Hauptarbeit liegt in der Vorpräsenzphase, wo die Studierenden alleine oder in Gruppen oder online sich vorbereiten durch die Arbeiten von Literaturanalysen, Literaturrecherchen, Fallrecherchen und Ähnlichem. Ja, bei Sozialarbeiterinnen muss man sagen, die Jobaussicht sieht leider gut. Sozialarbeit wird leider nicht arbeitslos. Es gibt ein sehr, sehr buntes Feld in der sozialen Arbeit von der klassischen behördlichen Sozialarbeit wie Sozialreferaten, Jugendwohlfahrt, wobei nicht in allen Bundesländern sogenannte Quereinsteiger, die mit einem anderen Bachelor aus Sozialarbeit einem Master studieren, zugelassen werden. Da müsste man sie vorher bei uns genau erkundigen, wenn man hier spezielle Interessen hat. Bewährungshilfe, Sozialarbeit im Gesundheitswesen, in Spitälern. Wir haben auch viele Studierende, die mittleren und höheren Führungspositionen bei Wohlfahrtsträgern sind. Es gibt auch eine Jazzsängerin, ich weiß nicht, ob sie die Qualifikation bei uns erworben hat. Auch Schauspieler, aber das sind dann Sozialarbeiter, die sich quasi auch anders weiterentwickeln mit ihrer sozialarbeiterischen Grundprofession. Ja, Auslandserfahrung ist erwünscht, erfordert eine individuelle Absprache mit uns und eine Abstimmung mit dem jeweiligen Forschungslabor. Die Studierenden müssen sich einen von drei Forschungsschwerpunkten für ihre Masterarbeit zuordnen und wir synchronisieren das dann in Abstimmung mit den Studierenden. Üblicherweise könnten wir das im dritten Semester beispielsweise unterbringen. Recherchieren Sie, wie bekannt soziale Arbeitsabsolventen in St. Pölten sind, bewerben Sie sich bei uns und Sie werden sicher auch eine Sozialarbeitsabsolventin sein, die stolz darauf ist, in St. Pölten studiert zu haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.